Ich finde es eigentlich sinnvoll, ausgebildete Geisteswissenschaftler und Sozialwissenschaftler hier zu haben, weil man, wie gesagt, komplexe Realitäten intellektuell erfassen können muss. Ich vervollständige den angefangenen Satz, ich habe Sozialwissenschaften studiert, weil... Ich sehr vielfältig interessiert war und interessiert bin. Genau, das Studium bietet einem Möglichkeiten, überall reinzuschnuppern. Sollte man eigentlich die Fähigkeiten mitbringen, die man, würde ich sagen, in einem geisteswissenschaftlichen Studium im besten Fall irgendwie hinlernt, also schnelle Auffassungsgabe, Interesse an neuen Themengebieten und Analysefähigkeit. Ich bin auch der Meinung, dass viele Wege nach oben führen. Das ist jetzt nicht nur mein Studiengang, der mich für die Stelle qualifiziert, sondern es könnten auch viele andere Studiengänge sein. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020